Was für eine nervenzerfetzende Nacht. Ist das da hinten ein Skelett? Ja, das ist ein Skelett. Yay. Brauchen wir Spiders? Habe ich schon wieder einen Bogen bekommen? Tatsächlich. Boah, sind das viele. Ne, brauchen wir nicht. Ich frage mich, was passieren würde, wenn so ein Skelett auf einer Spinne reitet und es am Tag wird. Ob dann die Skelette am Tag sterben? Oh, wir sind voll. Okay. Wobei, das brauchen wir. Das brauchen wir auch. Das nehmen wir auch mal mit. Das lassen wir da. Nehmen wir mit. So, kann jetzt eigentlich die kleine Kuh da unten durch? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube aber schon. Glauben heißt aber folglich nicht wissen. Das bläht's ja nicht so. Ist doch nur Getreide. Okay. Ähm, wie mache ich denn das jetzt? Ich möchte hier ganz gerne mal ein bisschen umbauen. Beziehungsweise nein, es ist ja ein Schwachsinn. Ich tue die Kühe bei Unissen. Und zwar kommen die Kühe. Ich habe sechs Knochen, die verschwende ich jetzt mal ausnahmsweise nicht für dich. Ich würde ganz gerne wunderbar bis hierher gehen. Genau. Und dann so machen. Ja, das passt schon. Das heißt, wir brauchen wieder ein paar Stickies. Ich habe doch mehr gemacht. Da unten sind noch welche. Zack. Und dann brauchen wir natürlich auch noch ein neues Gatter, das wir jetzt nicht mehr machen können, weil wir kein Holz mehr haben. Kurz. So. So. Wo sind die restlichen Stickies? Nerv mich halt zu Tode, ey. So. So. Genau. So. 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 Und. Da kommt dann das Gatter rein. Genau. Dann hier mal freimachen. Bitte alle mitkommen. Erstmal hier raus. Genau. So. So. Und dann hier drüben wieder rein. Bitte einer nach dem anderen. Wäre das möglich? Nein? Ist es nicht? so. 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 vielleicht noch irgendwann mal ändern, aber im Moment passt das ganz gut so. Dann kann ich das wieder weg machen. Okay. Brilliant. Unsere Hau. Unsere unglaublichen Zwei-Seeds, die übergeblieben sind. Aber ich mach jetzt mal was. Und zwar, ich investiere. Zack, 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 z so das war es öfters geht nicht mehr und drei haben wir noch sehr schön das wird schon schon langsam wird das ja aber leider erst nur sehr langsam dann haben wir hier unsere getreidefarben genau neben den züchtungsstationen dann haben wir hier gleich unser bisschen fleisch so was nehmen wir jetzt noch alles mit alles was wir drüben brauchen beziehungsweise was rüber gehört das getreide würde ich ganz gerne würde ich ganz gerne mitnehmen genauso wie das fleisch die spinnenaugenscheiße das da lassen wir mal hier naja das würde ich sagen lassen wir mal alles hier dann schauen wir noch kurz zu unserem anderen haus wenn wir schon mal da sind wenn wir auch schon mal da sind knochen haben jetzt gerade alle verbraucht unsere ganzen sechs knochen die wir hatten so ähm was haben wir hier brauchen wir brauchen wir nehmen wir mit lassen wir da nehmen wir mit beziehungsweise haben keinen platz mehr gut dann lasse ich das mal da das lasse ich auch da das nehme ich mit das nehme ich mit und ansonsten nehme ich das noch mit wenn ich noch einen platz dafür finde was brauchen wir nicht was brauchen wir nicht ich lasse mal diesen komischen unentchanteten bogen da das bisschen dass ich hier und hunde haben wir eine vergiftete hungerzeile dann bringt das ding ja gar nichts das wäre wahrscheinlich besser gewesen ich hätte normales fleisch gegessen okay nächstes mal wissen wir mehr das könnte sein dass es nur immer dann zu dingensens führt wenn man dadurch alle herz äh alle hunger dinge dann voll bekommt und wie lange ist das 20 sekunden krass 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 so dann ride mal wieder zurück würde ich sagen mit unserem nicht mehr warnten im boot fuck man okay und ich höre hier irgendwo laber wir müssen der sache mal auf den grund gehen irgendwann mal so zweiten mauer erstmal wieder hoch oh oh zum glück ist der blind wie ein blind fisch gut irgendwie glaub ich hat das gar nicht gar keinen sinn weil es immer das was du bekommst verlierst du gleich wieder also das ist das nur so eine notlösung eher naja ok eisen kommt zu eisen enderperlen kommt zu enderperlen und noch gar keine vermittelt bei eis ok ähm leder leder wo hatten wir denn leder wo haben wir denn leder hin da haben wir leder da haben wir auch das zeug getreide kommt zu essen der zu knochen der zu knochen das zeigt daher ich tue das doch mal hier rüber äh nerv mich nicht und das hat hier eigentlich gar nichts verloren aber naja was soll's was soll's dann haben wir hier mal wieder ein paar pilze ein paar pfeile das holz kommt da nach oben und wir sind autofackeln ok wunderbar zack jetzt haben wir noch genau ein fleisch das heißt ich würde mal sagen wir ersetzen das durch das hier getreide ist weiterhin am wachsen so wieder hier hoch wieder hier rein zack zack wie viele haben wir jetzt schon 50 ok ok wenn das so ist guten morgen so dann darüber sind wir glaube ich gerade eins verloren das muss uns wohl auf der edge gefallen sein genau genau w f Untertitelung des ZDF, 2020